Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Wenger, Ihr Citroen-Partner in Stadt und Land Salzburg. Die Gemeinde Kuchel im Tenningau ist bereits zum zweiten Mal Schauplatz unserer Sondersendung über die regionale Wirtschaft. In unserer ersten Folge standen die vielen Betriebe Kuchels im Fokus. Diesmal dreht sich alles ums Holz. Denn Kuchel ist die holzfreundlichste Gemeinde Österreichs und das aus gutem Grund. In Kuchel trifft das europaweit größte Holzausbildungsangebot auf einen guten Mix aus klein- und mittelständischen Betrieben aus der Holzbranche. Welche Pläne die Holzgemeinde für die Zukunft hat, das schauen wir uns heute genauer an. Das Salzburg-Magazin mit regionaler Wirtschaft im Fokus, diesmal aus der Holzgemeinde Kuchel im Tenningau.